Laut Statistik bringen 88 Prozent der Deutschen ihre Dankbarkeit mit Worten zum Ausdruck. 58 Prozent bringen ihre Dankbarkeit durch eine Gegenleistung zum Ausdruck und 44 Prozent der Deutschen geben ein Geschenk als Ausdruck ihrer Dankbarkeit weiter. Also die Worte vielen Dank, herzlichen Dank, lieben Dank oder einfach nur Danke werden am häufigsten gebraucht, wenn man Dankbarkeit zeigen möchte. Es gibt eine andere Statistik, die besagt, dass 56 Prozent aller Deutschen denken, dass wir mehr undankbar als dankbar sind. Jemand hat mal sehr treffend gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Wir sind in der Serie Was würde Jesus fragen? Ich habe eine Frage hier aus Lukas Kapitel 17, Vers 17 und 18. Das ist die Frage, die Jesus hier stellt. Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht Zehenreihen geworden? Wo sind aber die Neuen? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Was war passiert? Zehen Aussätzige kommen zu Jesus und bitten ihn zu heilen. Jesus ist dafür inzwischen bekannt, dass er Menschen heilt, Tote auferweckt und Herr über Naturgesetze ist. Aus menschlicher Sicht haben diese Zehen nichts mehr zu verlieren. Sie sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen und befinden sich wortwörtlich in Quarantäne. Sie dürfen nicht zurück zu ihrer Familie, geschweige denn in das gesellschaftliche Leben. Viele haben vermutlich schon Jahre so dahinvegetiert, bevor die Krankheit sie dann dahin rafft. Wir wissen auch nicht genau, wie weit die Krankheit fortgeschritten war. Heilung war eigentlich unmöglich. Es gab gelegentlich eine Fehldiagnose und diese konnte man dann durch die Priester, die damals so etwas wie das Gesundheitsamt im Judentum waren, korrigieren lassen. Deshalb ist Jesus für diese Zehen eigentlich die letzte Hoffnung. Vielleicht bist du nicht krank, aber es gibt Dinge in deinem Leben, die völlig hoffnungslos sind. Dann ist Jesus immer eine gute Adresse. Er ist nicht nur der Notnagel für dein Leben, aber wenn deine Not ausweglos ist, dann ist er immer noch für dich da, ganz sicher. Diese Männer kommen zu Jesus und, oder sollte ich sagen, Jesus kam zu ihnen und sie betteln ihn an. Heile uns. Wir wollen leben. Wir wollen gesund sein. Wir wollen zurück zu unseren Familien. Sie bitten, dass Jesus sich ihrer erbarmt. Hast du schon mal so gebetet? Gott, erbarme dich. Jesus fordert sie auf. Geh zum Priester und zeig euch ihm. Wenn ich der Kranke wäre, würde ich sagen, Jesus macht mich gesund, dann gehe ich hin. So darf und kann ich mich keinem Priester zeigen. Aber diese Männer verlassen sich auf das Wort von Jesus und rennen los. Wie weit? Wohin? Wie lange waren sie weg? Das wissen wir alles nicht. Aber es heißt im Text, als sie hingingen, wurden sie rein. Und dann kommt das Kuriose. Nur einer dreht um und rennt zu Jesus zurück. Die anderen sind vielleicht direkt nach Hause zu ihren Familien gelaufen. Die Begeisterung, die Freude hat sie so gepackt. Kann man das verstehen? Ich schon. Aber nur dieser eine weiß, dass die erste Reaktion Dankbarkeit sein muss. Deshalb ist die Frage von Jesus, habe ich nicht zehn geheilt? Wo sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser eine? Ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber ich selbst denke von mir, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich zeige mich dankbar mit Worten, mit Gesten, mit Geschenken. Doch dann schaue ich mir meine Gebetsliste an. Weißt du, meine Gebetsliste ist mehr mit Bitten als mit Danken gefüllt. Warum? Habe ich wirklich nur so wenig Grund, dankbar zu sein? Und geht es mir wirklich so schlecht, dass ich so viele Bitten habe? Überleg mal, was wäre, wenn Gott dir heute das wegnimmt, wofür du gestern nicht gedankt hast? Was würde dir fehlen? Ganz ehrlich, mir sehr viel. Leider. Deshalb will ich lernen, dankbar zu sein. Fang heute und hier an dieser Stelle damit an. Schreib dir fünf Menschen auf, für die du dankbar bist. Schreib fünf Ereignisse in deinem Leben auf, für die du dankbar bist. Schreib fünf Dinge auf, auf die du nicht verzichten willst und wofür du heute dankbar bist. Fang immer dein Gebet mit Danken an. Fang deinen Tag mit Dankbarkeit an. Du bist aufgewacht, danke Gott dafür. Du bist ausgeschlafen, danke Gott dafür. Du bist gesund, danke Gott. Du lebst in Frieden und Freiheit und Wohlstand, danke Gott. Gott liebt dich, hat dir all die Sünden vergeben, danke Gott. Es regnet, dann danke Gott für die Erfindung des Regenschirms. Es regnet sehr, dann danke Gott, dass es nicht immer so stürmt. Du bist krank, aber du warst noch nie so krank, dann danke Gott dafür und so weiter. Also die Jesusfrage in der Serie, was würde Jesus fragen, ist heute, warum bist du nicht dankbar? Deshalb fang immer wieder neu an, dankbar zu sein und hör niemals auf, dankbar zu sein. Vielleicht hilft es dir, wenn du daran denkst, was würde mir heute fehlen, wenn Gott mir das wegnimmt, wofür ich gestern nicht gedankt habe. Ich bin sicher, ich und du, wir werden Grund zur Dankbarkeit finden. ", danke Gott". Ich weiß nicht, vielleicht gar nicht, nein. Wir kennen doch nicht! Vielen Dank.